Der Bullenhai oder gemeine Grundhai, manchmal auch Stierhai oder Sambesihai genannt, ist ein Hai aus der Familie der Requiemhaie. Körperbau Der Bullenhai verdankt seinen Namen seinem Körperbau. Dieser wirkt mit einem Gewicht von bis zu 230 kg bei einer Länge von 330 cm gestaucht. Und die mehr Breite als lange Schnauze verstärkt diesen bullenhaften Eindruck. Leicht von anderen Haien zu unterscheiden ist der Bullenhai durch seine fast rechtwinklige Rückenflosse und das Fehlen des Interdorsalkamms zwischen der vorderen und hinteren Rückenflosse. Verbreitung Er hält sich sowohl in Süß- als auch in Salzwasser auf. Hierbei bevorzugt er flaches Wasser in Ufernähe und im Mündungsgebiet der Flüsse und nutzt damit die schlechte Unterwassersicht aus, die bereits bei geringstem Seegang und durch die Vermischung des Süß- und Salzwassers entsteht. Sein Lebensraum ist in allen wärmeren Küstengebieten von Afrika, Asien, Australien, Nordamerika, Mittelamerika und Südamerika, wo er sich in den Flüssen tief ins Landesinnere vorwagt und auch in Seen anzutreffen ist. So ist er über den Rio San Juan in den mittelamerikanischen Nicaragua-See gelang, wo sich mit der Zeit größere Populationen gebildet haben. Süßwasserformen Die im Nicaragua-See vorkommenden Bullenhaie wurden teilweise als eigene Art Cacahinus nicaraguensis beschrieben, jedoch wissenschaftlich nicht anerkannt. In den 1960er Jahren wurde festgestellt, dass Nicaragua-Haie ähnlich wie Lachse die Stromschnellen des Flusses San Juan überwinden können und somit im Austausch mit der karibischen See stehen. Im Nicaragua se markierte Haie wurden sieben bis elf Tage später in der Karibik gefangen. Thomas B. Thorson von der University of Nebraska beobachtete in Langzeitstudien von 1960 bis 1982 den Migrationszyklus der Nicaragua-Haie. Die größte Populationsdichte existiert im Unterlauf des San Juan und der Flussmündung des Rio Colorado in Costa Rica. Die Vermehrung erfolgt im Brackwasser und nicht im See. Nur zehn bis zwölf Prozent der Bullenhaie, die in den San Juan aufsteigen, gelangen in den Nicaragua-See, da viele Tiere von Berufsfischern wegen deren Haut, Rückenflossen und Fleisch herausgefangen werden. 1975 wurden von der Regierung Costa Ricas zahlreiche Schutzmaßnahmen für den Bullenhai erlassen, die Fangquote lag 1980 bei. Die Bestände haben seitdem dennoch rapide abgenommen, da es aufgrund des Vermehrungszyklus Der langen Tragezeit und der geringen Nachkommenschaft vermutlich 20 Jahre dauern würde, bis sich die Population erholt. Im Unterschied zum Nicaragua-Ei ist der Sambesi-Haie eine lokale Unterart des Bullenhaies. Der Sambesi-Haie kommt in den wärmeren, stark getrübten Küstenflüssen der Regionen Quasulonatal, Ostkap und Mosambik vor. Bei Hochwasser in der Transgai finden Sambesi-Haie reiche Beute durch verendete Weidetiere, die flussabwärts gespült werden. Und dringen weit in die Flusssysteme vor. Der Bullenhai ist bekannt als opportunistischer Räuber, der auf seinen Jagdzügen nicht auf eine bestimmte Beute spezialisiert ist. In den Sommermonaten gilt er auch für Menschen als Bedrohung. Im Bredere war dessen Mündungszone bei Wittsand in der St. Sebastianbucht als Aufzuchtsgebiet von Jungfischen gilt. Wurde 2008 ein 4 Meter langes und 600 Kilogramm schweres trächtiges Weibchen eines Sambesi-Haies gefangen, welches eine absolute Ausnahmegröße darstellt. Im Unterlauf des Ganges in Indien kommt eine weitere Unterart des Bullenhaies vor, die häufig mit dem Gangeshai verwechselt wird. Die häufigen Überschwemmungen und die indischen Bestattungsrieten können zu Unfällen führen. Da Bullenhaie die Flussläufe hochschwimmen und nach Kadavern suchen, Fortpflanzung. Die Wurfgröße beträgt 1 bis 13 lebend geborene Jungtiere, die Tragzeit 10 bis 11 Monate. Männchen werden mit 14 bis 15 Jahren geschlechtsreif, Weibchen mit ungefähr 18 Jahren Nahrung. Er ernährt sich von Knochenfischen, anderen Haien, aber auch von Krebsen, Rochen und Weichtieren. Bullenhai und Mensch Der Bullenhai gehört neben dem Tigerhai und dem Weißenhai zu den Haien, die für die meisten Haiangriffe auf Menschen verantwortlich gemacht werden. In den International Shark Attack Files des Florida Museum of Natural History werden 75 unprovozierte Angriffe und 23 Todesfälle aufgelistet. Viele Experten gehen davon aus, dass viele dem Weißenhai zugeschriebene Angriffe auf Menschen tatsächlich vom Bullenhai ausgehen. Als Hauptgrund für mögliche Verwechslungen werden die ähnlichen Zähne und damit kaum unterscheidbaren Bissspuren der beiden Arten angenommen. Belege Bullshark Information and Classification Factsheet Bullenhai bei sharkinfo.ch